Okay, die so gut wie unmögliche Challenge in der Apex Legends Season 15, einer der schwersten Season, die es jemals bei Apex Legends gab, probiere ich, Dolo-Q, Gottverdammt, nochmal zu Master zu kommen im Ranked. Wer Bock hat, das live zu verfolgen, Freunde, ich habe das alles komplett zu 100% bisher onstream gespielt. Das heißt also, guckt mal unten in die Videobeschreibung, da ist mein Twitch-Channel verlinkt. Ich bin wirklich momentan 4-5 Tage, absolut 6-8 Stunden live onstream. Das heißt also, wer Bock hat, mich richtig hart in Diamant schwitzen zu sehen, Freunde, unten ist der Link. Mal gucken, wie viele Videos das werden, wir fangen jetzt hier in Diamant 3 an und mal schauen, ob ich das Ganze bis am Ende der Season zu Master schaffe, wenn ihr euch dann drückt, mir die Daumen, ich halte die Schnauze, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, ich wünsche euch richtig viel Spaß bei diesem Video. In front of me, Bangalore. Pushing on me, two people on me, two people on me. I'm safe, I'm safe, I'm safe. Tausend Jahre gebraucht, tausend Jahre, hat sie gut gespielt auch. Tausend Jahre gebraucht, um dieses scheiß Magazinstyp zu wechseln. Wir sind schon da, cool. I knocked one, I knocked one, I knocked one, I'm, I'm also down. Ja, perfekt, come on, you got this. Das Ding hab ich hart gepusht. Might be a Craver. Oh, der Pushing up, der Pushing up, der Pushing up. Cracker, Cracker. Oh, der Pushing up, der Pushing up. One guy left, he's low HP. Low HP? Full health, full. Knocked him, knocked him. Okay. How many do you see? How many? I don't know. Totally. Boah, gutes Aim, Alter. Schönes Aim. Digger. Er sagt mir, er war low. Er hat, der hat ja alles. Wie viele Schaden hab ich dem gemacht? Man sieht man es leider nicht. Mindestens, mindestens 150 Schaden hab ich ihm gemacht. Naja, der war krass, der Master Spieler hier, der Blatter. Uff, der hat gut getroffen. Aber ich hab ihm auch gut gegeben. Schade, es wären 2 gegen 2 gewesen. Hätte man gewinnen können. Glaube ich jedenfalls waren 2 gegen 2. Passt Hälfte zu Master. Passt Hälfte zu Master. So, Freunde, wer kam denn hier, wer kam denn hier auf E rein? NXLV Specky. Bruder, wirklich, vielen, vielen Dank für den, für den dieser Klutschen. Hilft wirklich richtig dick und supportet mich unglaublich. Dankeschön, I appreciate it. Willkommen im exklusiven und im tollsten Team. Maybe, maybe I can flank them, maybe I can flank them. Where are they exactly? Come on, push them, push them, push them, push them. They're on the low ground, boys. Push them, heißt das, oder? Geh lang, wirklich. GG's. Bei, Leute, die bisschen kommen, die ziehen auf meine Call-Turn. Sack, easy gewonnen. Easy gewonnen. War so, so einfach der Fight, das war so einfach der Fight. Die haben so beschissen gepusht hier unten. I'm behind you, I'm behind you. Guide me. I don't know where he is exactly. Crack them, crack them. Scanning for you, scan for you. Almost quick to see you, boys. You need some help, Newcastle. Blue, blue. Almost broken. I'm sure, I'm sure. I'm sure. You need some cover. Need some cover, Newcastle. You're shilled, you're shilled. Und da nicht des shillten. Hahaha. Er war alle shillten geworfen, die er so kennt. I see shit. I know I see them. Just two people. Oh, we can push them, boys. Nononononononononono. No? Okay, okay, sorry. Behind us, behind us, behind us. ist nicht gehört leider sehr spät schon wieder ein scheiß tier alter ich krieg das kotzen keine chance alter stehen hinter uns laufen das ganze gebäude hoch und wir haben nichts gehört gut aber es ist noch nicht vorbei scheinbar ich meine of course ja okay we can do that he's standing on the door at the door yeah i know i know you got a shield battery boys how are we alive yeah dude good question not even kidding crack them crack them he's he's literally one die frage how can we be alive eine hervorragende frage thank you boys ggs what the fuck mega geil halt ne vom new castle mich zweimal da hoch zu holen und dann diese third party die uns richtig die uns richtig rausgerissen hat hat uns dann wieder gerettet weil es einfach da kamen so viele third parties dass die uns im endeffekt dann völlig ruhe gelassen haben perfekt wegger naja 60 on him he's running he's running 35 32 konzentrierts on him boys the last one oh come on come on die war schlecht wieder almost crack two of them wenn die hinter uns kommen sind wir die idioten die gefällt partied werden zwei people nur zwei ja wie werde ich denn davon ge- naja doch right side right side careful just be careful almost crack the octane ein schönen craver schuss wäre geil oh my god flash we can yeah i don't know if it's a good idea 6 careful careful dude careful okay yeah okay we rotate over this side not not right now wait wait okay oh there are three people zipline zipline crack them easy easy boys easy we got this we got this easy den win holen wir den win holen wir es war ganz locker holen wir den win hier der den der 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 schill chill chill oh everything is good everything is good der 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 ich hab gerade ein bisschen deck gehabt Dritter oder vierter Win heute Ich dachte es am Anfang Okay, easy, easy, easy Dann scheiße, ich sehe so Meine leichte Munition ist einfach fast leer Ja, wir könnten das verlieren New Cashel Nicht jetzt eher als Spieler unbedingt Aber die Legende hat es ultra gecarried Hat es ultra gecarried Sehr geile Runde Sehr Sehr geile Runde 258 Leute Guckt euch den Scheißbalken an Guckt euch den Scheißbalken an Fucking SoloQ Martin, hier ist nicht nur YouTube verdächtig Kommt zu 100% auf YouTube